Herzlich Willkommen zur Let's Play Fuck Right 3, wie immer auf Englisch. Uh, was Hinweis hast du ein neues Tutorial? Ja, ja, kriegst du jetzt jedes Mal angezeigt, das wär blöd. Okay, ich hab mir gedacht, wir holen uns jetzt mal Tapirfleisch. Ein wenig Tapirfleisch. Und dazu fahren wir. Nein, 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 hier runter. Glaub ich. Ich bin mir nicht sicher. Bin jetzt richtig? Ja, hier ist doch auch. Elegant gepackt, wie immer. So. Und hier müssten irgendwo Tapire rumrennen. Ich sehe aber nichts. Jetzt sag ich mal hoch auf den Aussichtspunkt. Ja. Das sind keine Tapire. Definitiv nicht. Und warum ist hier ein Schatzding? Ich muss in die Richtung weiter. Okay. Also nicht hier hoch, sondern da runter. Oh Gott. Will ich das? Lieber wieder den Weg zurück. Au. Huh. Tapir. 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 Hello, Tapir. Where are you? Where are you? Das ist schon mal eins zu sehen, ne? Tapir. Tapir. Tapitapitapir. Hier. Ach. Okay. Das heißt ja, äh, äh. What is going on here? Das ist doch hier. Das ist irgendwo, irgendwo hier. Aha. Ein Großwildjäger erlegt mit dem. Ja. Okay. Sehr gut. Das ist schon ein wenig ekelhaft. Muss ich schon mal sagen. Na? Okay. Und da kann ich jetzt... Ah. Roboster Rucksack. Roboster Rucksack. Verstellt. Dingofell. Okay. Was ich jetzt unbedingt brauche, sind Wildschweine. Wo könnten wir dazu jetzt hingehen? Also entweder nach hier oder nach da. Ah. Ich könnte jetzt natürlich mal nach da drüben fahren. Und das versuchen einzunehmen, oder? Hm. Will ich das? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, naja. Wenn ich mir schon so über den Weg laufe, ne? Oh mein Gott. Vielleicht kann man es ja nochmal gebrauchen. Ja. Ekelhaft. Ja, ekelhaft, aber effizient. Und was ist denn das hier für ein Gerät? Nehmen wir doch mal das. Quats. Quats. Quats würden für den Freizeitsport importiert. Piraten mögen es extrem in ihrer Freizeit. Du weißt schon. Wie die Perser, Texaner und die Bewohner von Brandenburg. Bewohner von Brandenburg? Nein. So sind wir jetzt noch da. Moch sei. So, irgendwie da rüber und dann über die Berge, hm? Mitten durch. Wow, wow. Wow, 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 wow! Wäre jetzt ein leichtes Steuern, das Ding. Ähm, fahren wir doch mal da hoch. Was ist denn das? Hm, hier gibt's auf jeden Fall was zu plündern. Aha, schwarzer Pokerchip. Action! Meine Jungs müssen gewinnen. Los, go! Yeah, gut gemacht. Okay, ähm... Muss kommen, ne? Oh. Okay, wie komm ich jetzt... Wo bin ich? Ich bin hier. Also entweder komplett über den Berg drüber, der liegt jetzt quasi... Ach komm, das probieren wir mal. Vielleicht kommen wir da irgendwo hin. Also wenn es geht, ich weiß nicht... Sieht ein wenig schlecht aus, ne? Ne? Hier, das ist ein Fußpfad. Den nehmen wir. Den nehmen wir doch mal. Den nehmen wir doch mal. Okay. Wupp! Da hat einer gerippst! Du Dreck-Sau. Du Dreck-Sau. Okay. Ah, scheiße! Das brennt wie Sau beim Pissen! Warum picke ich auch ohne Gommi? Das weiß keiner. Haha! Endlich haben wir mal keine Probleme gehabt. Ist ja der Wahnsinn. Oh! Doggy back! Okay, Moment, aber hier gibt's noch mehr. Next one? Where is the next one? Hier irgendwo? Uh! Da geht's aber stark... Oh, wow. Da will ich denn nicht runter. Okay. Was für eine Straße ist denn das? Ach, die führt da... Da runter. Aber ich will natürlich nach... Ne, halt hier. Ja doch, die bin ich entlang. Okay. Go away! Go away! Don't nerf me. Don't nerf me. Go away! Folgt ihr mir grad? Warum macht ihr das? Ich kann euch nur warnen, wenn ihr mir zu nahe kommt, dann gibt's Ärche. Okay. Oh! Boah! Boah! Hey! Mein Herren! Neune! Tricks! Hunde! Was seid ihr eigentlich für Vieche? Krassur. Braucht ihr auch für irgendwas? Krassurleder. Irgendwas können wir uns ja anscheinend für nutzen. Oh! Oh man! Du hör mal auf! Okay. Oh! Krassurleder. Robuste Brieftasche. Ahh! Herstellen. Sehr gut, sehr gut! Haie Haut. Jetzt benötige ich dann lauter Haie Haut. Ja. Hatte ich dich? Ja, dich, hatte ich. Ach, der ist auch nicht... Nö, dann... Schon recht. So. Bäh! Oh Gott, ist das Gebiet groß. Ähm. Ich bin da, ich muss mir so nach da. Nach da hinten, okay. Oh, nicht schon wieder. Bleibt mir vom Leib. Was ist denn das da unten? Ist das das? Ja, das sieht doch verdammt aus. Was denn? Was ist denn mit deiner Fresse? So. Wo ist denn da der Alarm? Sieht man nicht, ne? Geh mal da hoch. Okay. Okay. Schieße auf den Käfig, um das Tier zu befreien, bleibe dabei unentdeckt... Was? Käfig, Tier? Ja, wie... Ich kann jetzt freilich mal auf den Käfig schießen, aber... Was heißt der Sniper? Oh Mann, die haben mich aber gesehen, oder? Nein! Net Alarm aktivieren! Wir sind in einer halben Minute da! Wir sind in einer halben Minute da! Oh! 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 Was ist das? Okay. Na ja, dann halt mit Alarm. Ist ja wurscht's. Okay. Rennliga, immer diese Aktivitäten hier. Boote gibt's hier auch, ne? So. Na du? Hm? Hm? Ach da drauf hätten wir schießen sollen. Okay. Okay. Da ist dann noch irgendwas. Wo ist das? Ah. Sehr schön. Wir holen uns die Insel zurück. Wir holen uns die Insel zurück. Wer macht denn hier die Arbeit? Ich oder ihr oder was? Da war der Alarm. Na ja. Okay. Gut. Und Sales. Erstmal Munition aufstocken. Was ist ein Molotow? Na ja. Gut. Dann... Schnellverkauf. 1500 hab ich schon wieder. Cool. Da kann ich mir doch jetzt mal irgendwelche Zusätze. Vielleicht gönnen, hm? Oh. Halt. Stopp. Halt. Stasse. Bzw. Bzw. Ich könnte mir mal für mein, äh, anderes Stürmgewehr kaufen. Ein MS16 F1. SDG 90. Das war das, was ich... der Formel hatte, ne? Klar. Wie ist denn das entgegen... Das ist besser. Das macht halt mehr Schaden, ne? Boah. Das da brauch ich mit massenhaft Schaden. Acht weitere Fünftürme, um die gratis zu halten. Ne, dann nehmen wir jetzt mal die hier. Statt der AK. Und passen die mal ein wenig an. Achso. Aber kann man nur eine... Achso, dann müssten wir jetzt... Hm. Ne, dann... Rotpunkt Visier. Und dann kann ich die hier... Ach, die kann ich auch anmalen. Will ich aber nicht. Okay. Ich hätte keinen so einen Bogen. Was kostet denn so ein Bogen? Ach. Hör doch mal den. Statt dem kleinen Ding hier. Und was kann man da machen? Scharfschützen, Ziffern oder Rotpunkt Visier. Scharfschützen. Okay. Okay. Cool. Okay. Und dafür brauchen wir jetzt aber irgendeinen so einen Kocher. Pfeilkocher. Ziegenfell. Ziegenfell. Herstellen. Tapierfell. Herstellen. Bärenfell. Okay. Fünfzehn normale und zehn Spezialpfeile habe ich jetzt. Okay. Was ihr heute wohl kocht? Der Rekurverbogen. Aha. Was haben wir hier noch? Molotow. Naja. Okay. Tierwelt. An Kasur. Und noch mehr in der Tierwelt? Nö. Jetzt bin ich ein Jäger. Ich bin ein Jäger. So. Und jetzt haben wir doch vor allem hier irgendwo Bären. Äh. Nicht Bären. Ich hatte doch irgendwo... Hat ich hier nicht mal Wildschweine gesehen? Doch da. Direkt. Einfach geradeaus. Bei dem Beutekissen. Was? Nein. Beutekissen. Geradeaus. Wenn du die Aufträge von der Aushangtafel erledigen könntest, das wäre gut. Nö. Man darf sich auch nicht überfordern. So. Wo sind die Schweinchen? Wo sind die Schweinchen? Uh. Geld auch gut. Okay. Wo könnten hier die Schweinchen sein? Da. Irgendwo. Schweinchen. Ah. Oh. Ohne geplumpst. Ohne geplumpst. Ohne geplumpst. Ich hab doch gerade irgendeinen Grunzen gehört. Hier sind keine Schweine. No Schweine around. Why? Doch da. Ja. Ja gut. So ist es einmal getroffen. Jetzt lässt es davon. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch. Gib mir die A. Hier. Gib mir das. So. Du. Du Sau. Au. Ekelhaft. Das ist aber nur ein Schwein. Ich brauche Witze. So. Da wird doch jetzt irgendeine Witze auch dabei gewesen sein. Und warum. Sind das überhaupt Schweine? Also warum. So. Sechs Schweinchen. Hey man. Ah ne. Das war kein Schwein. Hä? Kann ich nicht ausnehmen? Ich hab das nicht gerade nicht geschaffen. Schweinsleder. Ich brauche doch eine Witze auch. Wer kriege ich denn eine Witze auch? Das sind ja stinknormale Schweine. Ich brauche eine Witze. Schwein. So. Wo waren die? Hier. Und noch hier irgendwo. war doch irgendwo. Irgendwo. Gott. Das ist ja schwer zu finden alles. Na gut. Also wenn das hier keine Schweine sind. Es ist aber doch schon das gleiche Symbol wie da drüben. oder? Exakt das gleiche. Exakt das gleiche. Ja. Aber ich meine hier waren ja Wildschweine. Vielleicht wollen wir da einfach nochmal hingehen. Und hoffen, dass wir nochmal welche finden. so wild sei. Es gibt vor allem hier lauter Haie. Da bräuchte ich auch noch welche. Dann könnten wir mal da hoch schnell Haie schlachten versuchen. Und dann. Und dann. Und dann. Quell fällt ein. Ja. Einfach mal. Dann holen wir uns gleich nochmal hier. Munition. Uh. Verkaufen sie. Ja. Gleich. Gut. Jetzt. Hier. Zack. Hopp. Und da soll ein Haie sein. Und wie tötet man bitte Haie? Unter Wasser kann ich ja nicht schießen. Soll ich vielleicht hier mit der. Bin ich hier richtig? Oh. Ein bisschen links davon. Okay. Wir können immer da. Oh. Da ist doch einer. hier. Okay. Habe ich. Habe ich glaube ich auch. Gibt es noch mehr? Okay. So. Jetzt ist die Frau hier wo. Genau. Wo ich die alle erschossen habe. Na. Oh. Eh. Komm. 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 Oh. 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 Wo ist er hin? Gerade habe ich noch gestochen und jetzt ist er weg. Und das? Herrschildkröten. Genozid ist okay wenn er lecker schmeckt. Ja. Wenn du das hockst. So. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Komm. Weiter raus. Weiter raus. Weiter raus. Weiter raus. Okay. Und jetzt aber gar nicht. kann ich ja irgendwas herstellen. Äh. 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 Brieftaschen? Ne. Da war doch irgendwas alles noch. War da nicht der Waffengott? Hier. Starker Waffengott. Genau. Vier Waffen gleichzeitig herstellen. Yeah. Ja. Kann ich mal eine Pistole mitnehmen? So. Puh. Ne. Okay. Ne. Es reicht ja auch. Das war die Hauptsache. So. Da kaufen wir natürlich gleich irgendwas. Schauen wir da mal. Erstmal. Munition. Wieder. Ich brauch mehr. Und dann. Ne. Äh. Soll ich noch irgendwas anderes? Universalwerkzeug zum Beispiel. Ne. Null Prozent. Also ich hab nicht genug. Oh. Ach so. Ah ja. Dann nehmen wir noch mal lieber nur Pistole mit. Die ist auch cool. Okay. Was gibt's da für Anpassungen? Was gibt's da für Anpassungen? Nur mal so. Schalten. Schalldämpfer. Schalldämpfer wär schon richtig cool. Okay. Okay. Und wo muss ich jetzt? Wo waren jetzt diese Viecher? Hier? Ja. Geradeaus. Okay. Wildschweine. Okay. Ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis demnächst. Tschüss.